Ja, einen wunderschönen Tag. Ich bin gerade unterwegs nach Graz im Fotostudio von I Love Shade, aka Isabella Frismann. Eine gute Freundin von mir und da werden wir heute ein paar Bilderchen machen. Ich bin Isabella, die Fotografin. Hallo! Ihr kennt euch schon die Schwarz-Weiß-Fotos von mir auf Instagram. Und wir haben uns einfach ausgebreitet und man sieht ein leichtes Chaos. Wir schauen, welche Klamotten wir als erstes verwenden und dann wird geshootet. Und schwupp! Tada! Yeah! So, wir können starten. Ich kann Musik machen. Ich könnte nur Stunden manchmal so spielen. Ich könnte nicht nur Stunden sagen. Ach! Ach! Komm! 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 Es ist ein Kurs so ähnlich wie bei der Schuhe des Uppartes Wir hohen Ohm Badrich Wir hohen Amor Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020